Ja, moin moin liebe Leute, eine weitere Folge World of Tanks und ja, ich weiß nicht, wer die letzte Folge vielleicht von meinem Let's Play gesehen hat, die war ja ziemlich geil. Deshalb, ja, wollte ich mal gucken, ob ich da vielleicht an vergangene Leistungen ein bisschen anknüpfen kann. Ein weiterer Tag, wieder zweimal Erfahrung, dieses Bild wegzuspielen und ich hoffe einfach nur, dass die Runden jetzt, die ich hier heute spiele, vielleicht ähnlich gut laufen oder auf jeden Fall nicht ganz so schlecht wie neulich mal. Also, das geht ja mal hoch und runter hier und gleich mal zu Anfang. Ich hatte jetzt schon ein, zwei Anfragen, die sich jetzt gemeldet hatten bezüglich meiner, ich sag mal, Anfrage oder meiner, ja, wie soll ich das sagen, ich hatte ja mal in den vergangenen Folgen irgendwann gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch meldet und bin halt am Versuchler so nach Leuten, mit denen man auch mal ganz gut zusammen spielen kann. Ich suche jetzt nicht unbedingt einen Clan, der, also, ja, wie soll ich das sagen, also ich spiele halt ziemlich viel einfach nur just for fun und ich sehe das alles nicht ganz ernst. Deshalb, also, wenn ihr jetzt irgendwie einen Clan habt, der, ja, wie soll ich sagen, super gut ist oder wie auch immer, dann, ähm, ich, ja, wird schon, also ich spiele mit, aber ich spiele halt nicht täglich, sag ich mal, deshalb, ähm, ja, damit müsst ihr auf jeden Fall dann rechnen. Ja, und, ja, einfach nur, dass ihr wisst, ähm, dass ich jetzt hier nicht irgendwie täglich drei, vier Stunden, ähm, World of Tanks spielen will. Also, gemütlich mal eine Runde, so am Abend, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ganz cool so und dann aufnehmen kann ich vielleicht nebenbei ein bisschen Spaß haben. Das ist so mein Hauptaugenmerk und, ja, sei es jetzt ein Fun-Clan oder sei es auch einfach nur Leute, die jetzt sagen, hier, ähm, ich hab keinen Clan, aber lass uns mal zusammen battlen, dann ist das eher so das, was ich, glaube ich, suche und ich bin, glaube ich, nicht so der Clan-Spieler, jedenfalls nicht in dem Spiel hier, weil ich dafür einfach zu, äh, ja, wie soll ich das sagen, zu schlecht bin. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Und ich möchte euch ja auch nicht die Clan-Statistiken versauen, insofern. Ne, ähm, einfach nur, just for fun, ja. Ja, natürlich. So, und bleib jetzt einfach mal hier stehen. 20 Sekunden Nachladezeit ist natürlich voll. Oh, fuck, jetzt werden wir jetzt nachgeschossen. Ah, wieso kriege ich ihn nicht? Ich treffe ihn nicht. Kacke, komm. Ah, natürlich. Na gut, äh, das ging fix. Wir sehen uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Äh, ganz kurze Pause war da ja nun drin, weil ich euch ja auch nicht mehr so lange warten lassen will. Also, wenn das mit dem, äh, Clan-Gebrabbel von gerade eben da vielleicht ein bisschen undeutlich war, weil ich da mit einem Kampf war. Ich weiß nicht, ob das Ganze Sinn macht. Ich gucke mir das nachher nochmal an. Aber lange Rede gar keinen Sinn eigentlich. Also, wie gesagt, ich komme gerne in den Clan, aber ich bin halt nicht der Profi-World-of-Tank-Spieler. Ja, also, ne, seid euch dessen gewiss. Falls ihr dann trotzdem jetzt ein Interesse habt, einfach nur mit zu daddeln oder ihr sagt, okay, kannst ja trotzdem mal gucken, wie das hier so bei uns ist. Na, da bin ich ihm auf jeden Fall nicht abgeneigt. So, das wollte ich nur einfach sagen. Nicht, dass ich hier jetzt eure Zeit quasi verschwende, weil ihr sagt, oh, hier, der hat in seinem Video gesagt, er wird gerne ein Clan. Und, äh, ja, so. Nur, dass ihr jetzt nicht, äh, wenn ihr mich dann anschreibt, ja, dass ihr dann nicht ganz klar ist. So. Gut, jetzt ist auch genug, äh, erzählt. Jetzt wird hier ein bisschen gekämpft. Oh, mal gucken, ob wir hier gleich vielleicht schon einen treffen. Oh, ist gar keiner zu sehen, oder was? Doch, da oben. Sehr schön. Oh, leider. Ja, bleib doch mal stehen. Ui, okay. Natürlich. Was auch sonst. Ich glaub, selbst wenn ich den treffen will, würde ich da nicht großartig Schaden an dem machen. Nein! Bleib stehen! Oh, Jungs! Gibt's doch gar nicht. Ah, nein! Oh, nein! Ach gut, hätte eh nicht getroffen. Ach. Mann, so ein Ärger. Wollen wir nochmal gucken. Naja, natürlich nicht. Eine Artillerie ist leider nicht so mein. Oh, nein! Pass auf! Oh, da schießt er noch daneben. Ist ja krass. Oh, der braucht viel zu lange. Muss ich noch weiter vor, beziehungsweise dahinter halten. Das ist ja mal krass. Nein! Oh, ja, natürlich. Jetzt fährt er wieder zu. Oh, Mann. Ich glaub, noch kein Treffer bisher, ne? Ach, nee. Stimmt. Meine Anzeige sagt null. Das ist nicht so gut. Oh, komm schon. Also, selbst wäre er jetzt da stehen geblieben, hätte ich nicht getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Naja, gut. Immerhin hab ich ein Team, was ordentlich spielen kann. Das beruhigt mich sehr. Fällt das nicht so auf, dass ich so schlecht spiele hier gerade. Oh, Mann, oh, Mann. So, hier war gerade eben noch einer zu sehen. Artillerie. Vielleicht treffe ich ja die Artillerie jedenfalls. Ach, natürlich erst mal. Mist. Nicht mal, das. Mann, oh, Mann. Aha. Hier sind sie. Okay, bleib mal stehen. Ja. Treffer. Aber ohne Schaden zu machen. Bleib stehen. Ah, der will den Ramm. Jetzt ist er natürlich... Ah, genau. Okay, Leute. Also, Runde zwar gewonnen. Aber... Leider ohne mein Zutun. Das war sehr... schlecht. Mal gucken. Vielleicht. 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 Egal. Nächste Runde. Vielleicht dann ein klein bisschen... effektiver. Ähm, ich kann ja mal gleich hier kurz in die Ampel... in die... Liste gucken. Ah, was habe ich denn zerstört? Die Kette. Mhm. Sehr gut, ja. Gut. Ähm, Team-Einladung übrigens... ohne irgendwie... eine Information. Da lehne ich prinzipiell immer ab. Denn, äh, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Lust, äh... in irgendeinen Clan rein dann... von dem man nicht weiß, was da so abgeht. Also, ich würde schon gerne mindestens einen Spieler davon... so ein bisschen mal... über den Chat kennengelernt haben. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So. Wir zurück. Ein Standardgefecht. Und... Boah. Ich würde sagen, der B1 ist so... ein cooler Durchschnitt hier. Ich mag gucken, wie erfolgreich diese... denn, ja, wie gerade eben... wenn man mit der Artillerie spielt... ähm, gut, man gewinnt zwar... aber so wirklich Spaß machen... tut es dann auch wiederum nicht... wenn man irgendwie so gar nichts trifft. Also, bis auf den... ja, ein Kettentreffer da... also nicht mal Schaden gemacht... das war schon... doch... ein bisschen deprimierend... da ist man immer... ja... mit der Artillerie muss man auch... einfach ein bisschen Glück haben, weil... die meisten ja auch nicht so ganz genau sind. Und ich habe immer das Glück... schieße dann... also acht von... ja, oder sogar neun von zehn... nein, sagen wir mal acht von zehn Schüssen... die gehen dann immer... ganz knapp wirklich nur daneben. Aber wem erzähle ich das? Die Erfahrung habe ich ja sicherlich auch schon mal gemacht... dass man dann einfach... in so einem Spiel drinsteckt... und... sich die Seele aus dem Leib schießt... und einfach... dass nichts von Erfolg geknüpft wird. Boah, ich will ja natürlich nicht campen. Ich dachte nur, vielleicht kommen da gerade mal ein paar Angefahren. Aber doch eigentlich nicht so. Deshalb werde ich jetzt hier mit dem Kollegen T-70... mal ein bisschen... ein Feindesland vorstoßen. Stück 3G, okay. Oh, 1 zu 5 schon. Oh, Mensch. Der ging nicht durch. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Jawoll. So, gut. Die Runde verlieren wir zwar, aber hier haben wir einen Abschuss. Ist ja auch schon mal schön. Ah. Das nächste Treffer... ... bin mir wieder geslapst. Leider hat mich auch noch... Ne, mich hat nur die Panzerschwerlerfälle... ... äh, Schwerlerfälle... ... Selbstfallerfälle getroffen. Hm. Na gut. Das sind 300, 390, 410, 420 Schaden. Ne, tatsächlich. Tatsächlich nur die... Oh, Alter, was für eine Runde. 4 zu 12. Das war eine richtige Klatsche. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, weitere Runde nach der Kasper-Klatsche von gerade eben, die wir, da sind wir ja richtig untergegangen, hoffe ich mal, dass die Runde hier etwas besser wird. Wobei ich für mich eigentlich hier ein bisschen schwarz sehe, denn, ähm, wie gesagt, der Bishop ist ja nicht unbedingt die Artillerie, die am weitesten schießen kann. Und das heißt für mich natürlich, ich muss ziemlich dicht ranfahren. Ich muss aber auch gleichzeitig natürlich aufpassen, dass mich hier irgendwie kein gegenwünscher Panzer erwischt. So, ich werde mal gucken, dass ich mich jetzt vielleicht hier so... Ich hoffe mal, dass ich bis hier vorne hin schießen kann. Das wäre auf jeden Fall schön. Und bis hierhin reicht das nur. Oh mein Gott. Ist das einfach nur schlecht. Das heißt, ich muss auch ein Kilometer näher ranfahren. Um überhaupt irgendwas ausrichten zu können. Und wenn man dann mit der Stufe 5 Artillerie hier gegen Stufe 7 Panzer fährt, das ist schon grenzwertig, würde ich einfach mal so behaupten. Und das Doge ist, ich kann nicht mal hier unbedingt stehen bleiben, weil hier an dieser Zufahrt keiner steht. Das heißt, wenn ich hier stehen bleibe, ich probiere es mal, aber ich denke, ich werde gleich von da abgeschossen. Mal gucken. Oh, verdammt. Komm, 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 komm. Leute. Könnt ihr noch nicht einfach kaputt machen. Das war der einzige in meinem Schussfeld hier. Mann. So, der Eierkopf, der ist hier geschützt. Aber nur noch bis da. Und war ein Stück zurück. Als ob der weiß, dass ich den im Ziel habe. Oh, der Eierkopf lässt sich da aber ganz schön vorführen. Neul. Oh, er schießt ja dann. Woll. So, Mann, jetzt ziel mal in Ruhe und dann schießt du den kaputt. Alter, ey, lässt er sich da fast noch platt machen. Das ist gar nicht so schön. Ah, verdammt. Alter, kommen da viele Gegner. Scheiße, ich muss nicht weg. Ah, ich glaube, jetzt komme ich gar nicht mehr weg. So viele gegnerische Panzer. Ich probiere es jetzt, aber ich glaube, die haben mich A gesehen und B sind sie noch nicht schneller als ich. Ja, das ist nicht schön. Ja, der hat mich okay. Gucken, dass ich vielleicht noch einen Treffer gleich lande, dann. Ja, der hat mich mal hin. Ja, der hat mich mal hin. Ja, der hat natürlich die kleine Kanone dran, die halt schneller schießt. Ja, ärgerlich. Einen Schuss hätte ich gerne noch abgefeuert. Aber immerhin habe ich ein bisschen Schaden gemacht. Ja, das sind die... Den will ich auch noch nicht. Ja, der kann leider nicht resetten, weil er von irgendwo geschossen wird anscheinend. Keine Ahnung. Ah ja, okay, der hat mich doch von da wieder beschossen. Na ja, schade. Verloren. Egal, gleich noch eine Runde. Eigentlich lief das am Anfang gar nicht so schlecht, aber dann... Dann ging's los. So, Wartezeit verkürzen. Bis gleich. So, dann wollen wir doch mal schauen. Diese Runde könnte etwas besser laufen. Hier sind auf jeden Fall schon mal keine Stufe 7er dabei. Was das Ganze vielleicht etwas erleichtert. Je nachdem, wie gut sich das Team natürlich auch aufteilt. Wenn jetzt hier in Reihe 4 und 5 oder Spalte 4 und 5 natürlich keiner hinfährt und die da einfach so durchfahren können. Das wäre sehr doof zum Beispiel. Ah, nee. Der schwere Panzer da in H6. Was auch immer der da macht. Keine Ahnung. Der will wahrscheinlich nach hinten fahren zum Campen. Ja, sei's drum. Ich guck mal, dass ich hier vielleicht... Immerhin komme ich... Kann ich den Kreis abdecken? Das ist schon mal gut. Oh ja, jede Menge Gegner da am Start. Ah, so, dann gucken wir doch mal. Wir haben sie! Sehr schön. Gefällt mir. So, wenn der ein Stück zurückfährt, wäre toll. Das war ein guter Treffer. Der steht in Flammen. Oh, brennt. Sehr schön. Na gut, wird zwar nicht ganz kaputt gehen. Nee, natürlich kurz vorher. Aber mal schauen, vielleicht tritt der, ja. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ah, jetzt schieße ich natürlich genau gegen das Frag. Ja, klar. Kacke. Ärgerlich. Hm, das habe ich zu spät gesehen. Oha, hier sind... Feindpanzer, jede Menge. Wollen wir mal gucken. Die haben mich bestimmt auf dem Kika. Ah. Ah, shit. Gut, wieder zurück zum Christ. Oha. Hier wird gejagt. Mal gucken, dass ich hier noch mischen habe. Oha, der war gut. Jetzt muss er nur noch einmal treffen. Oder halt weiterfahren. Bleib mal Drehung. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Alter. Schöne Runde hier zum Abschluss. Ich würde jetzt mal behaupten, wir gewinnen lassen. Zweitbester im Team hier. Nach Abschüssen jedenfalls. Und... Ja, mal gucken. Ja, ich kann da eh nicht hübschießen, egal wo es ist. Aber macht nichts. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde jetzt hier für mich. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da sind die Panzer immer so gefahren, dass man die auch treffen konnte. Es hatte mich keiner auf dem Kika, dass ich auch schön Zeit hatte zu zielen. Sehr schön. So. Was ist das denn hier? Großkaliber. Mhm. Versuchen sie... Verursachen sie in einem Gefecht den meisten Schaden. Da wollen wir noch mal ganz kurz gucken. Oh, das war aber nur knapp mehr. Aber immerhin. Was ist das hier? Achso, das ist die Auszeichnung. Ja. Viel fehlt nicht mehr. Bis zur FV304. 4000 Punkte noch. Nicht mehr ganz sogar. Sehr schön. Und, ähm, ja. Doch. Ich denke, eine schnelle Runde noch hier. Mal mit dem Spähpanzer ein bisschen. Oder Spähpanzer, aber mit einem schnellen Panzer hier durch die Gegend eiern. Das ist auf jeden Fall noch drin. Und dann muss ich auch bald ins Bett. Wie ihr seht, kurz nach zwei. Es wird langsam Zeit. Ich bin zwar noch nicht müde, aber... Ja. Wenn man liegt, dann ruht man sich ja auch schon ein klein bisschen aus. Deshalb hoffe ich dann jetzt einfach mal, dass das, äh... vielleicht ein bisschen hilft, wenn ich morgen früh dann um sieben wieder aufstehen soll. Hm. So. Oh ja, auf die Map habe ich jetzt eigentlich auch gerade mal ein bisschen Bock. Cool. Ähm... Ich werde... Los geht's! Wo werde ich hinfahren? Ich werde ein bisschen spähen. Und zwar werde ich mich hier fragen, was ist hier? Oh ne, es war gar nicht das Gebüsch. Es war eigentlich das Gebüsch da. Aber egal. Ich bleibe hier jetzt erstmal stehen im Moment. und, äh, guck mal, ob ich irgendwie was sehe. Ah, der M5 hat auch eine ganz gute Position da vorne. Auch nichts. Das kann auch gar nicht angehen. Da stehen auch immer irgendwelche TDs. Na, jetzt würde ich gerne wissen, ob ich schon gespottet wurde oder nicht. Denn, wenn nicht, kann ich hier noch stehen bleiben. Ich stehe hier ja sonst eigentlich komplett deckungslos. Na, sollte ich da von der Seite vielleicht mal reinfahren? Einfach ein Risiko. Wir wollen ja hier auch nicht jetzt komplett Langeweile sein. Moment, den kann ich gerade sehen, oder nicht? Ja, ne? Autsch. Ich stehe hier. Äutro. Ich stehe. Ja. Ich stehe. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh oh, und weg. Turm getroffen. Drehgeschwindigkeit verringert. Shit, jetzt bin ich aber im Besten. Nein. Ah, so ein Ärger. Kacke. Ach, manno. Naja, gut. Nochmal dann eine doofe Runde zum Abschluss. Schnüff. Aber, naja, die eine Runde mit dem Bishop war auf jeden Fall ziemlich cool. Die hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und, naja, ne, also ich hoffe, ihr wart jetzt nicht ganz so enttäuscht, dass das nicht so wirklich geklappt hat hier heute. Aber so ist das halt, wenn man jetzt, ich sag mal, alleine spielt und auch nicht so wirklich der Profi ist, dann kann das natürlich auch mal in die Hose gehen. Ich sag auf jeden Fall trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und, ja, vielleicht bis zur nächsten Folge World of Tanks oder vielleicht guckt ihr auch mal was anderes hier, War Thunder, Seven Days to Die, wie auch immer. Gibt doch demnächst nochmal dann einen letzten Test von Awesome Nords. Hab ich mir neulich mal geholt. Das sieht eigentlich auch ganz vielversprechend aus. Mal gucken. So, liebe Leute, dann, ja, also kurz nach zwei jetzt hier, gute Nacht an alle, die spät gucken, guten Morgen an alle, die früh gucken, guten Tag an alle, die am Tag gucken. Bis zur nächsten Folge, macht's gut. Ciao, ciao.